Heute möchte ich euch zur Fashion Show für den kommenden Samstag um 14 Uhr hier in die Schöne Aussicht einladen. Dort werden verschiedene Modegeschäfte des Einkaufszentrums ihre aktuelle Frühjahrskollektion präsentieren. Es gibt viele Sonderrabatte und kleine Überraschungen. Zum Beispiel könnt ihr kostenlos euer Make-up auffrischen oder Nagellack in eurer Lieblingsfarbe auftragen lassen. Aber ganz besonders freue ich mich auf die vier Kandidaten der Fashion Challenge, die dort ihre Outfits präsentieren werden. Seid ihr dabei? Ich freue mich auf euch!